Hallo, hier ist Elena. Heute habe ich kein Büchlein für euch, sondern einen Filmtipp, und zwar Santa & Co. Das ist ein französischer Weihnachtsfilm und der ist einmal ganz, ganz toll weihnachtlich und zum anderen einfach auch wirklich lustig gemacht. Wir treffen hier auf Santa und seine Frau, die natürlich in den letzten Weihnachtsvorbereitungen stecken, als plötzlich die Wichtel, die das ganze Spielzeug herstellen, einfach umfallen wie die Dominosteine. Schnell ist zum Glück erkannt, was die Lösung des Problems ist und Santa beschließt herunter zu reisen zur Erde, weil er braucht Vitamin C und zwar für alle seine 90.000 Wichtel. Er trifft dann auf Tomar, der versucht ihm zu helfen und das ist so ein turbulentes, tolles Abenteuer, dass ich euch das unbedingt ans Herz lege, diesen Film zu schauen. Man kann lachen, man kann so ein bisschen mitträumen und mitfiebern und es ist einfach ein ganz wunderschöner Weihnachtsfilm. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann!